So, könnt ihr mal bitte leise sein, damit ich einen Ansager machen kann? Ja. So, ja, Säcke, herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen heute Split Second mit Interessiert mich nicht und Scheißegal. Das ist ein relativ cooles Spiel, ein paar Jahre alt, Entwicklerstudio dazu gemacht, aber schaut selbst. Nervt mich nicht, los geht's. Und übrigens, wenn ihr Kinder habt, schickt ihnen ins Bett, Schimpfhörter können fallen. Ich übernehme keine Haftung. Die werden fallen, alles klar. Obwohl dieses Spiel von Disney entwickelt wurde. Skandalös, 4Ks übrigens. Da geht's schon direkt los. FSK 18, ich seh schon die Sperren. So, ich bin schon Zweiter, da bin ich Erster. Jetzt könnt ihr eigentlich schon ausschalten, weil ab jetzt wird sich nichts mehr ändern. Ja, der gute Buddy zerstört ja gerade erstmal den Bull. Da bin ich schon voraus hier. So, eigentlich muss ich mal ein bisschen zurückfallen, damit ich's ein bisschen spannender mache. Aber ich bin halt eher so der Siegertyp und Scheiß auch. Alles klar. Alles klar. Ja, komm, ja, ich lass euch alle vor, komm, fahr doch mal. Bremsen, komm, fahr, wo bleibt ihr? Ja, geht doch. Alles klar. Alles klar. Ja. Oh, da war einer. Links. Weg. So, der Böbel kommt her runter. Leute, 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 Leute. Wo ist denn hier die Herausforderung? Easy GG. Wo? Da hab ich einmal nicht hingeguckt. Und direkt der Fehler. Hart bestraft. Weiß ich nicht. Man muss sich das ganze Spektakel auch mal von hinten angucken. Da wird jetzt die Abkürzung runtergehen und Arschleck. So, dann fahren wir mal außen rum. Ist auch nicht schlimm. Spritz kostet hier nicht so viel. Oh! Wie Sie sehen, braucht man hier eine gute Haftpflicht. Fahr mal hier durch. Komm mal hier, machen wir ein Buddy kaputt. Ah, knapp. Knappig. Ubi Warni macht es mit ihm. Aber trotzdem. Werden wir gleich vor ihm sein. Never gonna let you go. So. Da dreften wir. Dann nehmen wir hier unten, wie ihr seht, laden wir immer so einen kleinen Balken auf. Und dann kann man damit eben Sachen auslösen oder Abkürzungen holen. Da hat der Buddy wieder davon profitiert. Ja. Aber das wird ja nicht viel bringen. Und zum Beispiel irgendjemand wird bestimmt gleich diese Brücke explodieren lassen. Jawohl. Ich bin ein Hellseher. Aber ich wünschte, es wäre es nicht gewesen. Oh. Oh. Ja. Ich weiß, was im Rückspiegel. Ah. Na gut. Ja. Alles klar. Wow, es kam durch So, mit Driften und Driften und allen Kann man dann immer hier diese Dinger aufladen Da ist wieder die scheiß Abkürze zugegangen Aber ich habe gesehen, ich habe Leute zerstört Und das befriedigt mich, zutiefst Wenn ich Leute zerstöre, kann ich gute Nacht schlafen So, wir haben hier vorbei Dann wird auch mal Zeit, als ich hier noch vom Buddy da vorne komme Alles andere wäre Käse Oh, was war das denn? Ja, ich bin irgendwie, hinten mein Heck ist kurz Der Aschle Nice Nice So stelle ich mir den Rennverlauf vor Boah, ich muss auch auf den Bildschirm achten So Alles safe Jetzt müssen wir hier ganz gekonnt die Dings da öffnen So früh wie möglich, damit die hinter mir nicht mehr reinkommen So wie Buddy Er kann nicht mehr rein Und das befriedigt mich zutiefst gerade Scheiße ey Du bist letzter Ja, verdient bist du letzter Junge So 1,3 Sekunden voraus Sollte reichen Wir müssen einmal kurz geschwind hier drum Kurz genial die Kurve nehmen Ja, wie kein zweiter meiner Altersdivision Fahren wir hier rechts rum Hoffen, dass einfach dann nichts mehr verbombt wird 1,7 Sekunden Kurz vorm Ziel Ich kann das Ka-Adler nicht spüren Gleich sind wir hier im Ziel Könnt ihr das spüren Gleich habe ich es geschafft Gleich habe ich es geschafft Ja, Mann, was er vor kann Jetzt da Was geht ab Wie Sie sehen, die Freude ist groß Auch überall Alle jubeln mir zu Aber Meine Freunde Ist leicht gedämmt Weil ich werde eigentlich immer erster Von daher Kein Problem Das war es mit kurz Let's Play Von Split Seconds Hier wird geschummelt Bis zum geht nicht her Ja, komm Geh woanders flash Die Tragik steht im Raum Wie hat er das geschafft Weißt du, was du gehen kannst? League of Legends spielen kannst du gehen So Alles klar Macht's gut, liebe Leute Abonnieren Liken Und nicht masturbieren Es ist zwar schon spät Aber Wir sehen uns Tschüss